moin moin ich grüße euch resa brück hier ja warum bin ich bei msx oder auch mysystemx eingestiegen das wurde jetzt von einigen leuten gefragt und ich kann euch ganz klar sagen es gibt für mich viele gründe und alleinstellungsmerkmale ganz besonders bei msx die mich so überzeugt haben dass ich mich dazu entschieden habe bei msx mysystemx einzusteigen und zwar ein sehr sehr guter freund von mir und auch ein sehr erfolgreicher networker mit dem ich schon seit längerer zeit zusammenarbeite hat ein zusammenschluss mit zwei weiteren networkern gefunden und diese haben einen wirklich riesig großen profi broker bzw trader für sich gewinnen können der schon seit einigen jahren sehr erfolgreicher markt ist und auch für große unternehmen mit tradet und konnte diesen überzeugen ein network zu starten und dieser freund und bekannte hat mich überzeugt und gefragt ob ich lust hätte dort ja mit anzufangen und mit dem vertrieb aufzubauen ich habe mir das ein bisschen in hamburg angeschaut ich durfte mich mit den drei drei der ceos durfte ich mich treffen und durfte mal ein paar einblicke haben in die firmenpräsentation mit mich mit den ceos ein klein wenig unterhalten und darüber hinaus auch mal ein klein wenig über die ergebnisse habe ich mir ja ich habe mir die ergebnisse mal zeigen lassen so klein wenig was so was ist sind die wirklich in der lage stimmt das was die versprechen und ich war mehr als begeistert also es hat mich wirklich von aus den socken gehauen was hier wirklich möglich ist viele fragen mich was ist denn wirklich möglich bis zu 30 prozent rendite im monat ist möglich ist natürlich nicht garantiert aber nach dem was ich da gesehen habe gehe ich ganz stark davon aus dass die jungs das schaffen werden und ja darüber hinaus ist es eigentlich auch noch ein network business das heißt also trading geschäft für jemand der vielleicht keine lust hat im affiliate marketing groß irgendwas aufzubauen oder ein empfehlungsgeschäft zu betreiben für den ist es ebenfalls genauso was 30 prozent rendite sind natürlich schon eine hausnummer wer darüber hinaus dann auch noch leute kennt die auch eine gute rendite mitnehmen wollen geld vermehren wollen und auch noch vielleicht ein kleines team aufbauen wollen oder auch bereits schon haben die können das dort mit aufbauen und darüber hinaus auch noch im trading geschäft ganz speziell im hochfrequenz handel auch noch mit tätig sein wer sich so ein klein wenig mit der thematik auseinander gesetzt hat der weiß im hochfrequenz handel darf nicht jeder machen das ist ein privileg man muss mindestens 100.000 euro in die hand nehmen und sehr 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 gute kontakte haben um in diesem geschäft auch wirklich tätig sein zu dürfen oder überhaupt mitspielen zu dürfen und msx bietet uns hier die möglichkeit wirklich für jeden selbst für den kleinen mann mit nur 100 euro einsatz bis zu 30 prozent rendite mitzunehmen und das ist auf jeden fall eine ganz große nummer das heißt es ist eigentlich wirklich egal ob man mit 100 euro 1000 euro 10.000 oder 100.000 euro einsteigt man bekommt immer die gleiche rendite darüber hinaus hat man auch noch die möglichkeit ein super bonus programm das ist eine zweite einnahmequelle mitzunehmen das heißt man bekommt boni für super erbrachte leistung einmalig und ja den partner bonus sozusagen die partner provisionen die man auch noch generieren kann das heißt insgesamt bei msx drei einnahmequellen von denen man profitieren und partizipieren kann das in einem sehr seriösen auch nachhaltigen geschäft ich bin fest davon überzeugt dass die firma auch in drei fünf vielleicht sogar in zehn jahren je nachdem was passiert garantieren kann man es nie aber immer noch von sich reden lässt und das ist der grund gewesen warum ich in diesem geschäft eingestiegen bin viele kennen es ja dass im network vieles versprochen wird aber nach ein zwei oder auch in drei jahren ist die firma auf einmal gar nicht mehr existent und ich habe mich dazu entschlossen wirklich nur noch geschäfte anzufassen wo ich fest von überzeugt bin dass die auch in den nächsten jahren noch bestand haben und auch substanz haben und das ist der grund warum ich mich dafür entschieden habe und ich bin fest davon überzeugt dass wir die nächsten jahre sehr sehr viel freude mit diesem system haben werden und das ist schlussendlich der grund gewesen warum ich mich für msx entschieden habe top ceos ein super durchdachtes prinzip super aufnahme partner plan renditen sind mehr als gewaltig ja wenn man das einfach mal mit normalen anlagemöglichkeiten vergleicht für mich eigentlich gibt es nur pros um dieses geschäft wenigstens mal zu testen und anzuschauen um dann für sich zu entscheiden ob und wie weit das verein ist aber ich gehe ganz stark davon aus dass man nach zwei drei monaten wirklich auch den mehrwert für sich persönlich erkennen wird das ist der grund gewesen warum ich gesagt habe msx das muss man starten da sollte man dabei sein und ich werde euch unten in der kommentarleiste habt ihr noch einige informationen da solltet ihr probleme haben beim registrieren ist unten auch noch mal ein text hinterlegt und ich werde auch noch mal ein weiteres video machen wie registriert man sich weil es vielleicht von einigen ein bisschen schwieriger ist es ist sich dort anzumelden es ist nicht so einfach wie bei einer e mail adresse das soll auch so sein und ja schauen wir mal also ich werde euch unten ist noch mal ein link und einige informationen für euch so dass ihr euch dort anmelden könnt und wenn ihr sonst weitere fragen habt könnt ihr könnt ihr mich natürlich auch per facebook kontaktieren per e mail und ja ansonsten lasst mir ein like da oder ein comment und ich freue mich auf euch bis dahin macht's gut